So und weiter geht's bei 402 Oh da oben Äh Verdammt Wenn Eier gefunden wurde, gab es nur rohe Eier mit Schale oder gekochten Kiesenschalen zum Frühstück Im 16. Jahrhundert erfanden sie Männer die Hose um Beseidungsziegen zu entdecken Am Namen waren der Anliegen nach der Seen nach Herzen Der Rot- und Eis gewehrte alle 27 über 3 Tage Meines von 6 Kindern wird irgendwann in seinem Leben von einem Hühner entführt A-Seite ist enorm lebend Marie Curie entdeckte den Nutzen der radio- und tiefen Steine, sowie den Toten durch radio- und tiefen Steine 89% aller Zaubertricks sind keine Zauberei, sondern entsamer Die Autofemsel wurde erst 1895 gefunden Davor ist der Wagen in der Besitzung nahe und die Kiesgabe, bis alle Entsassen nur die Geschäfte erledigt haben Die Erwanden entstehen, wenn Kugel in den Druck ausgesetzt wird Wenn die Erwanden in den Druck ausgesetzt wird, entstehen nahe es schon Verdammt Verdammt Wie soll ich von dem letzten hochkommen? Turbosauce mit Es ist schon zwei Minuten selbst zerstört Was hab ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Du hörst dir ja nie zu, du schweizst Ununterbrochen 2 Und hörst nie auf das, was ich sage Verurteid dich einfach nur Du, deine stillen Vorwürfe Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser fand Du hättest hier bereits die Jahre ein paar hundert einspare Tests lösen müssen Nächstes weiter Ah Du, 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 du Du, du, du Du, du, du Wo, wo, wo? Ich sehe den Kamm nicht So So Still Du, du Du, du, du 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 kopiere einen Spiegel, du erhältst einen Prügel hier. Wenn du Probleme noch zählst, halte dich an folgende Genäschungsstütze. Eins kommt vor zwei, kommt vor 60, kommt nach 12, kommt vor 6 Millionen, kommt nach 504. Deine anfänglichen Schwierigkeiten können zählen werden wir jetzt nicht mehr gefunden. William Shakespeare existierte nicht. Seine Stücke wurden 1589 von Francis Bacon beschrieben, der mit einem Nietzschefe der Anköpfe ist noch was gelangt. Anseite ist genau lebt. Bevor die Müller-Riders-Boot-Zeit erfanden, musste jeder, der fliegen wollte, erst unter Fiorilio essen. Alle sind doppelt so intelligent und dreimal so lecker als die Menschen. Verwissend, der Wecker existiert nicht. Der Hallesche Kometen nähern sich der Leere alle 76 Jahre. Die restlichen 75 hätte der ungestürmten Herzen der Sonne hinten geschlafen. Bevor 1912 das U-Eier gefunden wurde, gab es nur U-Eier mit Schale oder getroffenen Geschleid zum Frühstück. 185 Prozent von der Zauberflicks sind keine Zauberrei, so vernexte. Verdammt. 2 Minuten selbst zerstört. Genug jetzt! Was hab ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du schweiz! Ununterbrochen! Und wirst nie auf das was ich sagen! Ich verurteile mich einfach nur! Du! Keine stillen Vorwürfe! Ich wollte doch nur, dass du es einmal besser hast! Du hättest mehr als die Gabe ein paar hundert einfach bepisst! So! 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 505 Prozent! So! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, geschafft! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, drück nicht auf die Taste So, drück nicht auf die Taste Ja, 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 ja Jawoll Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, drück nicht auf die Taste So, drück nicht auf die Taste So, drück nicht auf die Taste Danke, Klados Danke, Klados So, so, so Das wäre dann wohl geschafft Zum Glück ist dir nichts passiert Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion Ich dachte, du wärst mein größter Freund Und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund Hm Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion Wo Carolyn in meinem Herrn lebt Oh Oh Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste Ehrlich Dich zu töten ist schwer Hm Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel Ich hatte ein schönes Leben Hm Doch dann kamst du Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige Weißt du was? Du gewinnst Bitte geh Bitte geh, danke Es war schön Komm nicht zurück Ich werde dich vermissen Klar doch Ich werde dich vermissen Hey Oh oh Ich bin Oh, mein, caro mio, mein, oh, mia bambina, oh, ciò, che l'ostima, che l'ostima, oh, caro mio, addio. Oh, mein, caro mio, мне, oh, caro, perché non fassi l'ostima, si l'ostima, da scavenza. Caro, caro mio, donio, oh, mia bambina, oh, mia bambina, there, my, caro, katia, oh, mia bambina. Oh nein, sehen wir jetzt gleich das Reh. Weizen. Oh! Oh, mein Würfel. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. We'll want your freedom taken. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you. Maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up. So I could live forever. It's such a shame. And the same will never happen to you. You got your shorts and I backed. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. Oh, when I delete you, maybe I'll start off feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else's problem. Now I only want you gone. Now I only want you gone. Now I only want you gone. So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich Sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Auch richtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen. Das kannst du mir glauben. In der Entwicklung. Weltraum. Ende. Ende. Nun gut. Ja. Nachdem wir Portal damals als erstes Projekt gespielt haben und durch sind, sind wir jetzt Portal 2 auch durch. Ich sag tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal bei irgendeinem anderen Projekt. Bye bye. Bis zum nächsten Mal bei irgendeinem anderen Projekt. Bis zum nächsten Mal bei irgendeinem anderen Projekt. Bis zum nächsten Mal bei irgendeinem anderen Projekt. Untertitelung des ZDF, 2020